Microsoft 365 versus Office 365. Was ist da eigentlich der Unterschied? Seit ungefähr Mitte 2020 heißt Office 365 jetzt Microsoft 365. Es gibt aber weiterhin beide Produktnamen. Also, was ist eigentlich was? Office 365 ist weiterhin eine Cloud Service Plattform. Da habe ich bekannte Lösungen drin, wie zum Beispiel Microsoft Word, Excel, PowerPoint und OneDrive. Microsoft 365 ist jetzt allerdings ein Cloud-Gesamtpaket. Das besteht einmal aus Office 365 und zusätzlich aus Windows 10 Pro und Enterprise Mobility und Security. Also bietet vernetztes Arbeiten im vollen Umfang. Microsoft 365 Business wurde speziell für kleine bis mittelständische Unternehmen mit bis zu 300 Usern entwickelt. Und dort habe ich einfach grundlegende Sicherheitsfunktionen und habe aber trotzdem eine großartige, schlüsselfertige Lösung für ein Unternehmen. Vor allen Dingen, wenn ich Windows 10 und Office 365 stärker integriert nutzen möchte. Ja, dann gibt es noch Microsoft 365 Enterprise. Und das richtet sich, man hört es schon, an große Unternehmen. Die erhalten hier eine einzige, also zusammengefasste, sichere Plattform zur Datenweitergabe und Zusammenarbeit. Da habe ich auch Windows 10 Pro, Office 365 und andere starke Datensicherheitsfunktionen mit integriert. M365 ist also eine Lösung für Kunden, die ein Komplettpaket wünschen. Es geht aber um Produktivität und den Arbeitsplatz effizient zu gestalten. Wenn ich jetzt Office 365 separat erwerbe, muss ich in der Regel vorher Windows 10 Pro erwerben. Ich brauche dann auch noch Sicherheitsservices, die muss ich erwerben, registrieren und dann auch dafür sorgen, dass die Nutzerinnen und Nutzer da drin integriert sind und vernetzt sind. Das habe ich bei Microsoft 365 oder M365 direkt von Beginn an integriert. Und dadurch mache ich es als Unternehmen natürlich deutlich einfacher und auch für die Endnutzer ist das Leben leichter. Microsoft 365 hat für Unternehmen, die Office 365 noch nicht verwenden und in ihrer Umgebung so schnell wie möglich einrichten wollen, also eine Menge zu bieten.